So, willkommen zurück. Ja, jetzt eine Falle. Ich war überlegen, wie baust du es? Geh es jetzt farmen oder machst du das hier? Wie das Spiel ist dir erlaubt mit dem Boden, à la Minecraft. Und habe mich dann entschieden, ja, ich mache es à la Minecraft. Ich will aber noch eine zweite Falle vorbereiten. Und die haben wir hier und zwar so eine Plumpsfalle. Da hätte ich gerne, dass das Tier reinfällt. Ich weiß nicht, wie hoch die hüpfen können. Also das ist dann noch eine andere Nummer. So, aber jetzt geht es los. Komm her, du Trike-Putzel. Komm ran hier. Ach, der läuft ja echt nicht rein. Jetzt läuft er vor mir weg. What the heck? Der kommt ja irgendwann wieder. Ne, der kommt nicht wieder. Ganz andere C-Mechanik. Triff den doch mal. Lauf. Kommt ja schon gar nicht mehr. Was für ein komisches Trike. Wo zum Anker? Ist mein Track? Naja, ist noch nicht ganz meins, aber... Och man, macht eine Badestunde. Ernsthaft? Das haben sie nicht im Griff? Kennen wir doch noch aus dem... Ah, ein anderes Spiel. Ach, wo ist denn das jetzt? Die gleiche... Oh, wo ist denn das da? Pyramide. Jetzt serft mir da hinten sowieso ab. Das hat keinen Sinn, du. Ernsthaft? Gleiche... Dumme KI. Wo sind das denn? Hi? Komm on! Oh oh. Hab ich ein Schrecken gekriegt? Oh no 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 Das ist das? Ja, das ist es. Äh, so ist mein... Mist. ich habe doch meine falle gerade noch gesehen die nur das dumme ding auch jetzt geht es wieder in den fluchtmodus ernsthaft er kommt wieder glaube ich dass ich noch allzu viele hp's habe auch noch warum läuft der blöde viech immer weg so jetzt reicht es mir ja schluss aus vorbei bin auch kein ab ag new auch wenn du pixar kreist aber glaubst du warum ich das ding so gebaut habe doch ernsthaft jetzt in die todeszone der valley und so kann ich doch nicht schrei da werde ich schon wieder getötet steht da werden da so komische das ist bestimmt der golem ich habe getroffen geht zum inventar und punkte auuuu oh nooo ernsthaft jetzt ach guck mal der dodo lebt immer noch ach nö kommen die denn wieder ist das der golem hundertprozentig oh nooo dummes ding ouchen 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 schnell die waffe weg stecken dann kann man schneller laufen ich bin hier alles mit der weglauf mechanik ist ja extrem gut gelungen ach jetzt kommt der wetter ach jetzt kommt der wetter ach so touchen schlafen und ochse geh weg ja ich habe da wo ich ihn haben will wenn ich mich jetzt ein bisschen beeile ach super jetzt gibt es was aufs feld das ist jetzt mal schlafen ich werde mal schlafen ich werde mal schlafen geht das überhaupt mit mit links hat ja das volk ist auch um der selbst drin level 9 ach kommen gehen wir nicht auf den keks komm schweinchen fall ins loch fällt nicht ins loch komm ich hab einen job keine steine mehr okay warte ab jetzt ruhig neue steine glaubt euch ja jetzt nicht nur völlig unbeeinträchtigt weil das wasser darüber der regen ist auch schön gut gemacht nicht die narko werden so pass auf komm mal her wo ist der drei jetzt reagiert auch agro ok er zuckt jetzt auch richtig hat er wohl glaube ich nicht rausgeglitscht und schon wieder über alle berge umbauen überdenken da muss mal zwei reihen machen ich glaube der ist darüber geklitscht weil das zu hoch zu niedrig war wo ist das fisch wir können halt auch einfach mal billiger ausprobieren hier kommen herr vier und mehr bleib brav da drin warum auch könnte ja mal funktionieren was ich vorhaben kannst du da rein nie kannst du nicht das gut pass auf level 9 da ist er ja ich hab noch kein stein mehr fluchtet immer schnell noch feuer steigern beim bettchen bitte und kuh die haben sie alles gut ein bisschen geändert nicht schlecht wo ist denn das ich will das sei mit nöhm kein stress party parties patschie lahm geh weg und alle ok diese erfahrung ouch seine fische leben wir klau kein patschi wo der armee bevor das noch katastrophaler wird mache ich die mücke alles klar delphin unterwasserlandschaften so eine richtige gebastelt das ist doch wieder piranha schnell raus 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 richtig mitnehmen was willst du da kann ich mitnehmen koralle da machen wir noch ein bisschen exploration so kohle oder so ist nicht hitbar okay okay haben die echt so so coole dungeons hier reingeklatscht aber pack mal aus wieso habe ich jetzt der mensch lässt sich auch nicht hitten ich weiß nicht ob das so schlau ist hier oben zu jumpen ob es vielleicht jemand wohnt oder irgendwie so weit ich bin schon mal ganz nice aus ganz nett kann man hier was anrichten und das ist einfach nur so zum gucken was das denn auch mal mit krückstock und kano die tüte eierschein kaputter topf exkali okay sound ist aber keiner da nix ok knüppel aus dem sack und und tschüss mal schnell da komm käufer hin stecke Ich will nochmal kurz gucken. Sind die Skorpione groß hier? Autschen, Autschen, Autschen. Okay, Dungeon. Das ist wohl was erst für den späteren Fortschritt. Das sind also die Höhlen, wie man sie woanders wohl auch kennt. Ziemlich geil. Finde ich gut. Homescreet Home. Map, zeig dir mal mein Bett an. Nicht wirklich. Muss. Da langlaufen, okay. Gut. Wie komme ich denn jetzt? Da dran vorbei. Hi, hopf. Oh, hier wird es heiß. Und da ist wieder so ein Stinkeleuch. Okay, steht geläuchert. Kein Bock auf mich. Guck mal, etwas. Hopp. Oh, hopp. Ja. Reuss. Okay. Oh jo, halt home. Da muss ich gucken, dass ich das irgendwie anders gefrickelt kriege. Das ist schön schwierig. Ich habe ja ganz schön Steine da reingeballert. 60, 70 Stück. Der ist nur Level 9. Das ist ein bisschen viel, wenn du mich fragst. Okay, ich soll meine Punkte abgreifen. Hey, guck mal, da ist ein Pio mir. Direkt mal abchecken, ob das geht. Pio mir. Hier. Mach mal. Nein, das kommt einfach wieder raus. So ein Mist. So, Trike hat sich erledigt. Hier, komm her. Komm, du dickes Ding, du. Bründer, komm rein. Schön, brav sein. Sein liebes kleines Schweinchen. So. Vielleicht sollte ich auch mal eben. Das heißt das. So, und jetzt kriegst du von mir hier ein paar Steinchen. Guck mal, zuckt gar nicht. Das funktioniert nicht richtig so, glaube ich. Zuckt da gar nicht. Der zuckt ja gar nicht, der dicke Pöppels. 1, 2, 3, 4, 5. Alle, alle. Versuchen wir es mal mit der Hand. Lebst du jetzt? Hallo? Sieht nicht so aus. Ja, los, los. Okay, ist mal ein Passiv-Thema. Ja, ich hab ein bewusst Lust. Dauert aber ganz schön lange. Können wir Fleisch und so ernten. Oh, das dauert aber lange. Und gib Experience. So, ja okay, also. Halten wir fest, das geht irgendwie. Aber ich hab einen Fehler gemacht. Ja, so könnte man es festhalten. Ich bereite wieder ein bisschen was vor. Ich will halt den ersten richtigen Theme haben, um mich auch verteidigen zu können. Und ja, dann sage ich danke fürs Zusehen. Und ja, bis zur nächsten Folge. Tipps und Tricks wie immer gern gesehen. Also, ciao, ciao.